Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Bei uns auf Schalke ist ja aktuell einiges los, wenn es darum geht, dass die ersten Wintertransfers getätigt werden sollen, aber dort gibt es nur noch Neuigkeiten bezüglich unseres Budgets. Denn es könnte tatsächlich sein, dass man Stand jetzt gar kein Geld für neue Spiele hat, wodurch man darauf angewiesen ist, auch erst andere zu verkaufen und zumindest auch wohl kein extra Budget für Hechelmann und Gerrits geben wird. Das ist durchaus ein diskutables Thema und darauf blicken wir hier und heute natürlich auch nochmal ganz ausführlich. Ansonsten gibt es aber auch Aussagen von Brian Lasme, der sich auf Schalke nun endlich durchsetzen will und auch von Jakob Fimpel bezüglich seiner Zukunft als U23-Trainer auf Schalke. Somit haben wir die Themen hier und heute im Gepäck. Ich hoffe, meine Stimme ist halbwegs okay, die ist ein bisschen angekratzt, aber sollte hoffentlich trotzdem ganz gut klappen hier und heute. Schaut auch gerne parallel auf Schalke Inside Clips vorbei, da wird es auch heute nochmal bezüglich des Transferbudgets ein neues Video geben. Ansonsten gehen wir jetzt hier rein in die aktuellen S04 News. Und wir starten mit unserem U23-Trainer Jakob Fimpel, denn der macht ja dort wirklich einen tollen Job. Er hat ja unsere U23 im März 2022 übernommen, sie dort in einer prekären Situation zum Klassenerhalt geführt. Er hat eine wirklich sehr solide Vorsaison gespielt und aktuell steht ja unsere zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf Tabellenplatz 8 mit auch der klaren Ausgangslage deutlich näher am Aufstiegskampf als am Abstiegskampf beteiligt zu sein. Also Jakob Fimpel wirklich ein super Trainer für unsere U23. Nicht umsonst kommen auch immer wieder Talente aus der U23 in unsere Profimannschaft hinein. Und Schalke selber hat natürlich auch einen gewissen Plan mit Jakob Fimpel. Denn unserer U23-Cheftrainer hat er bislang noch nicht die Lizenz, um wirklich auch dann in der zweiten oder ersten Liga trainieren zu können. Auch deswegen war er auch unter anderem kein Kandidat, als es darum ging, eine Nachfolge für Thomas Reiß zum Beispiel zu finden. Aber das Vertrauen auf Schalke in Jakob Fimpel, das ist auf jeden Fall groß. Denn vor allem auch bei ihm hat man schon den klaren Gedanken gegangen, dass er irgendwann auch mal eine Option für das Profiteam sein kann. Aktuell ist aber auch klar, dass Fimpel sehr wichtig ist für unsere Jugendabteilung. Er selber hat auch nochmal darüber gesprochen, wie nun auch die nächsten Schritte aussehen, um Fußballlehrer zu werden. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die ich für diesen Lehrgang erfüllen muss. Mir fehlt jetzt noch ein Jahr als U23-Trainer. Natürlich strebe ich nach der höchstmöglichen Qualifikation und möchte Fußballlehrer werden. Ich fühle mich in der Schalke U23 total wohl und bin sehr glücklich auf Schalke und in der Knappenschmiede. Ich kann hier meine Ideen entwickeln und einbringen. Und sicherlich darf man auch hier nicht vergessen, dass sie auch generell einfach Jugendtrainer unglaublich wichtig sind. Klar, wir haben es ja jetzt auch bei Ono Cine gesehen, der bei uns in der U17 sehr erfolgreich war. Gibt es dann natürlich bei vielen Trainern auch das klare Ziel, im Profibereich zu landen, Profitrainer zu werden. Aber genauso wichtig sind eben auch Trainer wie beispielsweise Norbert Elgert, die sich einfach dem Jugendbereich verschreiben sozusagen und einfach dort ihre Mission sehen. Und natürlich auch da vor allem sich darum kümmern, Talente in den Profibereich zu führen. Aber bei Jakob Fimpel hat man auf jeden Fall auf Schalke die klare Idee, ihn auch selber als Trainer in den Profibereich zu führen. Denn man hat ja auch vor einigen Monaten mal klargemacht, es geht eben nicht nur darum, in der Knappenschmiede junge Spieler auszubilden, sondern eben auch junge Trainer. Und bei Ono Cine hat es natürlich schon geklappt in dem Profibereich. Leider nicht auf Schalke, das hat man natürlich selber ein bisschen verpasst. Und bei Jakob Fimpel hat man auf jeden Fall auch einen ähnlichen Gedankengang. Und vielleicht wird der 34-Jährige mal dann irgendwann ein Kandidat für unsere Profi-Abteilung. Ich finde auf jeden Fall, dass Jakob Fimpel eine unglaublich starke Arbeit leistet bei unserer U23. Ist eben auch ein Trainer, der seinen Spielern Vertrauen gibt, der ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Spielern hat und vor allem auch Fußball spielen lässt. Also rein taktisch geht er da vielleicht anders ran als manch anderer auf Schalke, wo es dann nur ums Malochen geht. Nee, Jakob Fimpel ist einer, für den der Fußball im Vordergrund steht. Und das macht ihn sicherlich auch mittelfristig sehr interessant für den Profibereich. Und dann blicken wir in den Profibereich und dort haben wir ja im Sturmzentrum Brian Lasme. Natürlich kann man jetzt weiterhin darüber diskutieren, wie sein Name genau ausgesprochen wird. Brian, 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 Lasme, Lassem ist auch am Ende vollkommen egal. Denn am Ende geht es vor allem um ihn als Fußballer. Und dort war das Jahr 2023 für unsere Nummer 11 auf jeden Fall turbulent. Denn vor allem natürlich der Abstieg mit seinem Ex-Klub Arminia Bielefeld hat dort vor allen Dingen auch wehgetan, bedingt durch die Fanausschreitungen in der Relegation. Und Lasme selber hat sich dazu auch nochmal gegenüber der Watz geäußert. Der Abstieg war schlimm. Es war eine schwere Zeit für mich. Auch die Tage danach habe ich mich schrecklich gefühlt. Ich wollte nicht vor die Tür gehen, nicht mal um einzukaufen. Und natürlich war auch klar, dass Lasme dadurch eben durch den Bielefeld der Abstieg auf den Markt gekommen ist, weil sein Vertrag nicht gültig war für die dritte Liga. Das war aber auch durchaus ungewohnt für ihn. Ich wusste nach dem Abstieg nicht mehr, wie es für mich weitergehen wird. Ich konnte nur trainieren und abwarten. Das war nicht einfach. Aber zum Glück hat sich Schalke dann gemeldet. Denn für Lasme selber war es auf jeden Fall unglaublich wichtig zu sehen, dass ein solcher Klub wie Schalke an ihm interessiert ist. Denn für den 24-Jährigen war das auf jeden Fall ein Glücksfall. Schalke ist eine große Chance für mich. Ich spiele hier vor 60.000 Fans. Schon als Kind habe ich davon geträumt, regelmäßig in solchen Stadien zu spielen. Und Lasme selber hat auch über einen Moment der Inrunde gesprochen, den er sehr gut in Erinnerung behält. Und das war sein erstes Tor für uns am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Es war ein toller Moment für mich, weil meine Freunde im Stadion waren und alle Leute ausgerastet sind. Und deswegen war für ihn noch dieses erste Tor bei uns in der Arena eine ganz andere Dimension. Aber für ihn selber war das Highlight sogar des Jahres der Schalke-Tag, unsere Saisoneröffnung. Wir wurden von fast 100.000 Leuten empfangen. So etwas habe ich da zum ersten Mal erlebt. Es war großartig. Und trotzdem ist natürlich auch Brian Lasme einer bei uns, ein Spieler bei uns, der immer wieder in die Kritik gerät. Auch das darf man sicherlich hier nicht vergessen. Ich finde schon, dass rüberkommt, dass er anscheinend ein wirklich super Typ ist, der auch einfach froh ist, auf Schalke spielen zu dürfen, der auch einfach Bock hat, für Schalke zu spielen. Und das sind natürlich erstmal wichtige Grundvoraussetzungen. Und natürlich sind auch seine Scorer-Werte für uns gar nicht mal so verkehrt. Er ist ja in zwölf Vorrundenspielen zum Einlass gekommen, hat drei Tore erzielt, zwei vorbereitet, also fünf Scorer in zwölf Spielen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem gibt es ja für mich auch berechtigte Kritik immer und immer wieder daran, dass er einfach konstanter werden muss, dass er technisch einfach noch zu schwach ist, dass er Chancen auslässt. Und Lasme selber hat sich dazu auch noch einmal geäußert. Es beschäftigt mich, wenn ich Chancen auslasse und dem Team nicht so helfen kann, wie ich es möchte. Und trotzdem ist eben auch klar für Lasme, dass er an sich glaubt. Er sieht in sich auf jeden Fall das Potenzial, Schalke mittelfristig sehr helfen zu können. Und das soll sich eben jetzt auch in 2024 schon ändern. Ich will körperlich und mental stärker werden. In der zweiten Saisonhälfte will ich mich steigern. Dafür arbeite ich hart. Und das hoffe ich auf jeden Fall auch. Denn natürlich hat auch Ryan Lasme nun den klaren Vorteil, mit Karel Gerrads einen Trainer zu haben, der großes Vertrauen in ihn hat. Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, wenn Lasme, der übrigens 25 ist und nicht 24, sorry, sich auf Schalke so durch ist, dass wir alle sagen, wow, das war ja dann doch ein richtig guter Transfer. Und die Kritik war ähnlich wie bei Kenan Karaman zu Beginn vielleicht berechtigt, aber jetzt nicht mehr da. Das wäre wunderbar, wenn das so passiert. Aber dafür muss, glaube ich, auch schon bei Brian Lasme wirklich sehr viel passieren. Vielleicht hat er mit Karel Gerrads noch einen richtigen Trainer gefunden. Dass er eben auch dann solche guten Chancen wie gegen Hansa Rostock beim nächsten Spiel reinmacht und dann wirklich Scorer-Punkt um Scorer-Punkt sammelt. Plus aber eben auch und das ist für mich einfach wichtig, neben den reinen Scorer-Punkten im Spiel mit dem Ball deutlich besser funktionieren und harmoniert mit seinen offensiven Mitspielern. Und dann kann er auf jeden Fall natürlich eine Hilfe für uns sein. Aber für mich bleibt es auf jeden Fall auch klar, da muss deutlich mehr her, aber natürlich auch gut zu sehen, dass für Lasme selber klar ist, er will sie auf Schalke durchsetzen, er will sie steigern, weil er eben auch weiß, dass da noch deutlich mehr her muss. Und dann haben wir eben das große Thema Wintertransfers. Und da spricht die Bild-Zeitung in einem gestrigen Bericht von einem Transferstau auf Schalke und vielleicht gibt es dort sogar eine Vollsperrung. Ja, es ist ein Bericht der Bild-Zeitung, wo vielleicht jetzt viele sagen, die schreiben das jetzt alles nur wegen der Opposition, weil sie vielleicht dafür sind. Und egal, wie man das jetzt beurteilen möchte, es gibt verschiedene Medienberichte, nicht nur der Bild-Zeitung, die das auch durchaus zuvor auch schon bestätigt haben, dass Schalkes Budget für den Winterstand jetzt zumindest mal nahezu gegen Null geht. Also was auf jeden Fall klar ist, unser Trainer Karel Gerrits wünscht sich neue Spieler, unser Sportdirektor André Eichelmann ist auch bereit, seine Wünsche zu erfüllen und hat auch schon bereits zwei Spieler an der Angel. Also beide wollen auf jeden Fall Spieler holen, beide wollen den Kader verstärken. Aber bedingt durch die schwierige finanzielle Situation plus auch der womöglich schon gelaufenen Saison will sich unser Vorstand plus Aufsichtsrat nicht zwingend neue Spieler leisten. Und deswegen ist aktuell die Frage da, bekommt Gerrits möglicherweise keine klare Winterverstärkung? Denn natürlich sollen Darko Schulinov und auch Luis Patris per Laie zu uns kommen. Allerdings haben dort unsere aktuellen Entscheider rund um Axel Hever, Christina Rülhamers, aber auch Matthias Tillmann in einer gewissen Art und Weise was dagegen. Denn die wollen aufgrund der aktuellen Situation kein Extra-Budget freigeben. Das heißt, unser Budgetstand jetzt liegt erst einmal bei Null Euro. Denn André Eichelmann darf nur das ausgeben, was er auch jetzt im Winter in Ablöse beziehungsweise Leihgebühren und Gehaltseinsparungen zusammenholt. Und somit stehen wir auch hier weiterhin bei Null Euro. Klar, es gibt Abgangskandidaten wie Ibrahima Cissé, Niklas Tauer und Sotshiro Gosukio. Die könnten auf jeden Fall gewisse Summen generieren, aber eben nicht die ungefähr benötigten 1,5 Millionen Euro, die man eben für zwei solche Leihdeals von Schulinov und Patris benötigt. Und natürlich könnte vor allem auch Sebastian Polter als einer der besseren Verdiener ja Budget freimachen, aber da gibt es auch nicht wirklich zahlungskräftige Interessenten. Da gibt es stand jetzt keine konkreten Gerüchte. Und somit sind wir mal wieder in einer sehr verzwickten Situation. Und es geht natürlich auch dort um einen gewissen Zeitdruck. Denn natürlich kann es sein, dass Hechelmann durch Verkäufe, durch Ausleihen dann doch noch dieses Budget für mal mindestens zwei neue Spieler zusammenkratzen wird. Vielleicht aber eben auch erst dann Ende Januar, wodurch die Wunschspieler wie zum Beispiel Schulinov oder Patris gar nicht mehr verfügbar sind. Und das ist halt mal wieder so ein typisches Schalke-Problem. Und deswegen glaube ich, dass an diesem Bericht der Bild-Zeitung noch durchaus was dran sein kann. Noch einmal, wenn ihr sagt, das schreiben sie nur um Unruhe zu stiften, dann ist das auch okay. Dann könnt ihr mal gerne generell eure Meinung zum Transferfenster in die Kommentare schreiben. Wenn ich aber jetzt die Medienberichte auch seitens von Sky sehe, die geschrieben haben, dass mögliche Neuzugänge erst dann realisiert werden können, wenn Spieler gehen und es aber auch wahrscheinlich ist, dass Spieler erst etwas später gehen werden, dann deckt sich das eben durchaus mit diesem Bericht der Bild-Zeitung. Und somit ist es dann natürlich mal wieder ein unglaublich schwieriges Thema rund um Schalkes Transferfenster. Denn klar kannst du jetzt sagen, wir wollen erst mal Geld einnehmen, bevor wir Geld ausgeben. Das kann ich auch im Grundsatz durchaus verstehen. Die letzten Transferperioden sollten aber auch gezeigt haben, dass man eben auch durchaus mal etwas ins Risiko gehen sollte. Es geht ja jetzt gar nicht darum, auf Anhieb fünf, sechs Spieler hinzuzuholen für zehn Millionen Euro. Das wird nicht passieren. Das muss ja auch gar nicht passieren. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ja gut, die Saison, die ist schon gelaufen. Aufsteigen können wir ja auch nicht mehr. Warum sollten wir den Kader verstärken? Das wäre für mich eine fatale Herangehensweise. Zum einen ist die Saison noch nicht gelaufen. Mit einer furiosen Rückrunde könnten wir noch aufsteigen. Aber viel wichtiger, mit einer schlechten Rückrunde könnten wir auch noch absteigen. Plus es geht natürlich auch jetzt schon mal darum, Karel Gerraths gewisse Wünsche zu erfüllen für sein System, damit er ja jetzt schon auch schon die Mannschaft stabilisieren und verbessern kann, um dann auch erst recht eine sehr, sehr gute nächste Saison zu spielen. Also dass man das dann mal wieder nicht versteht und da ja ein gewisses, geringes Risiko nicht eingehen will, kann ich persönlich nicht verstehen. Denn ich sehe es wirklich schon wieder vor uns, dass in den nächsten Tagen, auch während des Trainingslagers, wahrscheinlich gar nichts passieren wird. Und dann irgendwie kurz vorm HSV-Spiel oder kurz vorm Lauternspiel haben wir dann ein, zwei Spieler abgegeben, wodurch wir ein, zwei neue Spieler holen können. Aber unsere Wunschspieler sind nicht mehr verfügbar oder spielen schon bei anderen Vereinen. Es wäre typisch Schalke. Jedoch das war in den vergangenen Transferperioden eben auchmals oft der Fall. Und da hoffe ich wirklich, dass Rülhamers, Hefer, Tillmann ein gewisses Risiko eingehen werden. Noch einmal, es geht ja gar nicht darum, vier, fünf Millionen im Winter jetzt schon auszugeben, ohne Abgänge zu verzeichnen. Es geht einfach darum, vielleicht zwei Leihspieler wie Shulinov und Patris zu verpflichten für 1,5 Millionen Euro. Und ich denke mal, das Risiko sollte man auf jeden Fall eingehen. Und jetzt interessiert mich vor allem auch zu diesem Transferthema. Eure Meinung, schreibt die mal unglaublich gerne in die Kommentare und schaut, wie gesagt, auch gerne mal auf Schalke Inside Clips or Why. Da werde ich heute auch nochmal genau dieses Thema nochmal ein bisschen weiter aufdröseln mit Aussagen aus dem Sommer, mit Transferbudget, wie es aussehen könnte. Also das wird sicherlich nochmal ganz interessant. Ansonsten sehen wir uns natürlich auch hier im nächsten Video wieder. Ich hoffe, meine Stimme war halbwegs in Ordnung. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker. Und dann geht's gut, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020